hallo 20 9 heute der mittwoch vier tage nach bis zur wahl und ich habe einen kleinen aufruf ich bitte euch zur wahl zu gehen das klingt irgendwie doof und abgedroschen und so was aber ich bitte euch wirklich zur wahl zu gehen auch wenn ihr nicht wählt wenn ihr nicht wählen wollt wenn ihr eigentlich nicht wähler sein wollt bewusst nichts wähler sein wollt bitte ich auch trotzdem zur wahl zu gehen warum nicht zu wählen ist für mich eigentlich keine alternative beziehungsweise nicht hinzugehen zur wahl das ist für mich keine alternative nicht zu wählen ist für mich eine alternative ich kann das kundenprozentig nachvollziehen wenn man sagt es gibt für mich keine partei der ich meine stimme geben möchte denn wenn ich einer partei meine stimme gebe dann gebe ich der mein mandat ich sage im grunde genommen ihr steht für die und die themen und ich stehe ich möchte dass ihr diese themen umsetzt weil ich diese themen gut finde das sage ich wenn ich einer partei meine stimme gebe und ich kann verstehen dass manche menschen sagen das möchte ich nicht ich finde keine partei die meine interessen so vertritt wie ich das gerne hätte deswegen möchte ich gerne nicht wählen das kann ich verstehen aber es gibt andere möglichkeiten das zu tun als nicht zur wahl zu gehen zum beispiel wird ja immer so gerne gesagt protestwähler das wird dann immer gerne bei den extremen parteien bei den extremistischen parteien angenommen sei es auf der linken seite bei irgendwelche bei der kpd oder sowas in richtung oder eben auf der rechten seite dass leute die diese parteien wählen dann halt eine protestwahl machen wollen warum eigentlich also ich wette dass es eine partei gibt die zumindest als ihr grundsatz hinter der man stehen kann zum beispiel die tierschutzpartei ich habe ja schon gewählt ich habe per briefwahl gewählt habe ich nicht gewählt das wäre also alle parteien die ich jetzt hier nenne habe ich nicht gewählt weil das für mich ich habe eine ich habe etablierte parteien gewählt das soll jetzt hier war ja halt auch ein aufruf sein für leute die mit damit spielen nicht wähler zu sein mit dem gedanken spielen nicht wähler zu sein also tierschutzpartei schreibt sich den tierschutz auf die auf die fahne und ansonsten nicht viel das mag beschränkt sein und die natürlich wird diese parteien ist nicht in den bundestag schaffen trotzdem das ist sicherlich eine das ist sicherlich eine partei die man wählen kann aus protest gegenüber den etablierten parteien wo man sagen kann ja dahinter stehe ich auch hinter tierschutz stehe ich gibt genug leute die nicht dahinter hier stehen und da ist diese partei ja nicht das richtige aber das wäre zum beispiel ein beispiel zum beispiel anderes beispiel wäre zum beispiel die partei für grundeinkommen selbst wenn man eigentlich sagen möchte ich möchte keine etablierten parteien wählen wäre das eine partei wenn man sagt ich finde das grundeinkommen eine eine interessante und spannende sache die partei für grundeinkommen da kann ich dahinter stehen da kann ich im grunde genommen eine protestwahl machen und trotzdem etwas unterstützen was ich ihn doch gut finde das wäre zum beispiel meine alternative wenn ich jetzt keine etablierte partei gewählt hätte dann hätte ich wahrscheinlich die partei des grund account gewählt und da gibt es viele verschiedene parteien es sind ja genug parteien 36 parteien die auf dem auf dem bestimmzettel stehen in den meisten in den meisten wahlkreisen da gibt es parteien so und wenn es bei diesen parteien nichts dabei gibt wo man sagt tierschutz interessiert mich nicht finde ich scheiße grundankommen ist sowieso blöd kann man nicht finanzieren oder sonst irgendwas und was dann noch alles steht piratenpartei internet und quark finde ich auch scheiße will ich nicht wählen und da hat man ja gemerkt das ist so gut da ist ja nichts über die sind doch sowieso bald weg vom fenster das ist kann ich auch alles nachvollziehen dass man sagt es gibt hier nichts was ich wählen möchte dann schreibt drauf macht eure geht eine ungültige stimme ab schreibt drauf euch mickeymäuse kann niemand wählen schreibt drauf ihr seid alle doof außer mutti streicht den wahlzettel durch was auch immer aber geht hin und gibt diesen stimmzettel ab nicht einfach nur zu hause bleiben und nicht wählen sondern hingehen und ganz klar machen ich wähle niemanden oder eine partei wählen die eben keine chance hat in den bundestag zu kommen aber zumindest in ihrer einzigen aussage nämlich wie beim tierschutz oder wie bei der grundeinkommen eine 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 idee vertritt die man selber gut findet oder eben wie gesagt einfach mickey maus wählen aber nicht zu hause bleiben und nicht wählen eine eine m m m m m